Musik Hallihallo, man nennt mich Adi, ich bin immer gut gelaunt, mach Videos mit Comedy, mit meinem WoW Akkord, vor allem Classic hat's geschafft uns an dieses Spiel zu binden, haben Nächte durchgemacht, nur um einen Mob zu finden Spiele dieses Spiel jetzt auch schon länger als 10 Jahre lang und will euch mal erklären, woran ich mich noch erinnern kann Nette Leute, halfen gerne, ganz egal wie dumm ich war, wie greif ich an so aus der Ferne? Jung, du brauchst nen Zauberstab Gut, dass das mir jemand sagt, denn Feuerbälle brauchen ewig und wo gibst nen Zauberstab? So ungefähr ab Level 20 WTF, was soll der Scheiß, das ginge alles deutlich schneller, Feuer, Mage und Cheese mit Eis wie trunken? Warte der Ersteller, meine Router war nicht besser, gut von anderen zu trennen, trotzdem schaffen besser, ging's drum festzufrieren und wegzurennen Im Grunde ist kaum was geklickt, da mir das Meister nutzlos schien, das ist noch milder ausgedrückt, ich hasse ihn, ich hasse ihn! Früher war halt alles besser, früher war halt alles geil, Palas machten keinen Schaden, Murdochs waren überall, legendäre Gegenstände waren was Besonderes, ein Tank-Hybrid mit Healer-Skill, es war halt noch was anderes Shami's nur für Horde da und Palas gab's für Allianz, ohne PvP-Arena gab es trotzdem Militanz, früher war halt alles besser, früher war halt alles geil, früher war halt alles schwerer, denn es gab noch keine Guides Okay, dann halt ne neue Klasse, Palas hört sich lustig an, mit ne Mensch als Edelrasse, schauen wir mal was der so kann, 20 Stunden durchgezockt und konnte mich trotzdem nicht entscheiden, Schaden war zu schwach für mich, doch war zu schlecht für Tränke und Heilen Ein Wochen lang hat es gedauert, bis ich Level 60 war, Zimmerzoon eingemauert, hatte kaum noch Essen da, am Ende war ich stolz auf ihn, ein Paladin in voller Pracht, zwar vergelter Paladin, doch Schaden hab ich nie gemacht, mit 13 Jahren war's auch schwer, nen Raid zu finden, werde ich, nimmt zum Test, ob ich mich auch bewähren, nahm mich dann trotzdem einer mit 18 oder Raid beginnt, schließlich will man auch was schaffen, doch was meine Rolle ist, man, bin ich wirklich nur zum Waffen? Dachte ich, darf Damage fahren, doch stehe ich hier und buffe, nach nach 5 Minuten wieder ran, bei 40 Mann hatte ich nen Spaß Raid verlassen, Gilde weg, das ist mir einfach viel zu wenig, Paladin ist der letzte Dreck, neue Klasse für J-Enix Früher war halt alles besser, früher war halt alles geil, Paladin machten keinen Schaden, Murlocs waren überall, legendäre Gegenstände waren was Besonderes, ein Tank-Hybrid mit Healer-Skill, es war halt noch was anderes Scham ist nur für Horde da und Paladin gab's für Allianz, ohne PvP-Arena gab es trotzdem Militanz, früher war halt alles besser, früher war halt alles geil, früher war halt alles schwerer, denn es gab noch keine Guides Neue Klasse, neues Glück, ein Schurke soll es diesmal sein, dieser Schaden echt verrückt, mit Queckset mache ich alles klein, Schaden ist jetzt hoch genug und halte auch mal Schläge aus, trotzdem finde ich was nicht gut, ich zähle das mal eben auf Gifte muss ich selber machen, wenn ich geht nicht einfach so, ich kann nicht alle Schlösser knacken, ich darf zu blenden sowieso Jede Scheiße muss man's killen, Waffen und auch Schlösser knacken, nur noch dran Gegner zu killen, damit die Waffen Damage machen, mir ist das jetzt auch egal, den Nachteil haben wohl alle Klassen Schaden mache ich allemal, doch Raiden werde ich erstmal lassen, ah ein Garage wird bald geöffnet, Raiden interessiert mich nicht, meinen Schurken nimmt man nicht, denn Raiden ist für Kinder nicht Das Mod was man bekommen soll, das sieht dafür ganz lecker aus, doch alle Server sind schon voll, hab keine Chance, ich komm nicht drauf, ich will das Vieh, was soll der Mist, ne Titel gibt's noch oben drauf, jetzt bin ich richtig angepisst, ich bring euch um, ich raste raus Früher war halt alles besser, früher war halt alles geil, Palas machten keinen Schaden, Murdochs waren überall, legendäre Gegenstände waren was Besonderes, ein Tankhybrid mit vieler Skill, es war halt noch was anderes Scham ist nur für Horde da und Palas gab's für Allianz, ohne PvP Arena gab es trotzdem Militanz, früher war halt alles besser, früher war halt alles geil, früher war halt alles schwerer, denn es gab noch keine Guides